hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und es geht um meinen persönlichen jahresrückblick 2014. Es war ein sehr, ja sagen wir mal, wie sagen wir dazu, ja es ist einiges passiert, nicht nur was die Gaming-Sache angeht, sondern halt auch was so drumherum passiert ist. Sprich dieses Jahr sind wir auch Fußball-Weltmeister geworden oder auch die Olympischen Spiele 2014 haben stattgefunden in Sochi, was ich mir auch sehr gerne angeschaut habe. Außerdem, für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, aber der Friedensnobelpreis ging an die jüngste in der Geschichte. Was gab es noch dieses Jahr? Ja, das schwere Unglück des Flugzeugs, wo 239 Menschen einfach verschwunden sind im Indischen Ozean. Dann das Grubenunglück in Soma, wo mehr als 300 Bergleute sterben. Und natürlich gab es noch weitere Todesfälle, die einem vielleicht etwas, ja sagen wir mal, zum Nachdenken gebracht hat. Wie zum Beispiel Philip Seymour Hoffmann ist gestorben. Oder auch, ja kürzlich Udo Jürgens und Joe Cocker, die aber wiederum noch eines natürlichen Todes gestorben sind. Dann haben wir noch, äh, Per Augustinski ist, äh, leider gestorben. Äh, Joachim Fuchsberger. Wer ihn noch kennt, äh, Richard Kiel, der Darsteller vom Beißer in den Bonn-Filmen, in den älteren Bonn-Filmen. Äh, Gottfried John, auch gestorben. Und, äh, ihn kennt man vielleicht als Bösewicht, äh, von GoldenEye. Und, äh, was mich persönlich, äh, wirklich, ja, schon was mitgenommen hat, ist der Tod von Robin Williams. Ich muss auch sagen, ich hab mir einige, äh, ja, Gedenkvideos angeschaut, die, äh, gemacht wurden bei YouTube. Und ich muss sagen, das ein oder andere hat mich wirklich, äh, gerührt, muss ich sagen. Und das ist jetzt kein Flax. Äh, also, man kann zwar viel sagen, aber im Großen und Ganzen, äh, ist es schon so, dass mich das schon ein wenig, äh, mitgenommen hat. Also, die ein oder andere Träne ist geflossen. Muss man doch mal zugeben, weil ich fand Robin Williams, äh, ein, äh, sehr coolen, äh, Schauspieler. Äh, und, äh, ja, sehr auf der Seite von Comedy. Und, äh, wenn man sich da mal wirklich ein paar Gedenkvideos anschaut, da kommt man dann doch schon ins Grübeln. Dass diese Thematik, die ja bei ihm gewesen ist, äh, Depressionen und so, das, äh, ja, sollte man nicht außer Acht lassen. Es ist wirklich, äh, wichtig, dass man sich auch um solche Leute kümmert und dass man es vielleicht im Voraus auch sieht, damit man ihnen helfen kann. So, aber wir kommen jetzt dann halt auch zur Gaming-Geschichte und dort sieht's, äh, so aus, dass ich einen Rückblick mache. Ich habe mir ein paar, äh, Videos rausgepickt bei mir aus, äh, YouTube und, äh, da möchte ich mehr oder weniger mal kurz drauf eingehen. Ein, äh, eine Sache, die wirklich, äh, bei mir zumindest im Jahr 2014, äh, am meisten oben war, ist halt Battlefield gewesen. Battlefield in, äh, jederlei Hinsicht. Ähm, ja, zu Anfang der Zeit war es auch noch so, dass ich, äh, glaube ich, war das noch, äh, wo man, glaube ich, bei den Dudes gewesen ist, was eine sehr coole, äh, Spielergemeinschaft gewesen ist. Eigentlich, äh, nur dann ist nachher hier und da was, äh, vorgefallen, wobei ich da jetzt nicht wirklich ins Detail gehen möchte. Äh, die Sache ist erledigt und mit den jeweiligen Personen ist das, glaube ich, auch soweit, äh, geklärt worden. Äh, es ist eine neue Sache gemacht worden, die jetzt zwar nicht so erfolgreich ist, finde ich zumindest, aber das obliegt nicht, äh, meiner Sache, sondern da, äh, muss der Admin sich drum kümmern, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, Battlefield war die Vorherrschaft, äh, Vorherrschaft, äh, bei mir zumindest, was den Gaming-Himmel angeht. Ich, äh, war aber auch noch, ich weiß nur nicht mehr, ob das noch dieses Jahr war oder letztes Jahr noch gewesen ist. Und zwar gab es da eine Sache, ähm, die muss ich jetzt gerade mal suchen. Moment, äh, die habe ich vorhin gefunden. Das ist, äh, Moment. Äh, da ging es auf jeden Fall um Call of Duty Ghosts, wo ich echt eine Riesenrunde hingelegt habe. Das ist diese hier. Äh, das mache ich auch mal im Vollbild, äh, damit man es so ein wenig sehen kann, weil der Ton ist nicht ganz so prall. Ich hatte da noch mit der alten Technik zu kämpfen. Ich hatte da noch auch noch den HD-PVR 2. Und, ähm, ja, die Software, die ich da benutzt habe, war, glaube ich, von, äh, halt Hope Age selber. Oder Hauptauge, wie man das auch immer aussprechen möchte. Und Call of Duty Ghosts ist da gerade erst rausgekommen. Und das war ein paar Wochen später. Und ich glaube sogar, dass das eigentlich noch ins Jahr 2013 gehört und nicht ins Jahr 2014. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Auch wenn es vielleicht dann jetzt nicht zum Jahresrückblick 2014 gehört. Aber, äh, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ähm, wie man sehen kann, äh, bin ich hier gut unterwegs. Und mein komplettes Team ist auch, äh, jetzt gleich gestorben. Sozusagen. Man kann mal kurz den Ton anmachen. Ja, und, äh, da, äh, äh, da ist das auch schon so, dass ich, äh, alleine bin. Die anderen sind schon tot. Um den Spoiler vielleicht vorwegzunehmen. Ich habe die Runde leider nicht geholt. Das hat mich echt geärgert, weil das wäre doch das Highlight gewesen eigentlich. Aber, äh, sonst fand ich die Runde echt klasse. Ja, eins gegen sechs. Es wurden alle wiederbelebt. Also, es, wir haben, äh, Suchen und Retten gespielt. Das ist ein neuer Modus. Ich mach den Ton nochmal aus, damit ich auch noch ein bisschen was dazu sagen kann. Äh, also, Suchen und Retten war ein, äh, neuer Modus, der bei Call of Duty Ghosts eingeführt wurde. Und, äh, den fanden wir eigentlich sehr cool. Weil, äh, dort muss man halt, äh, das ist wie Suchen und Zerstören, aber, äh, mit einer Note von, äh, Abschuss bestätigt. Und, äh, wie man sehen kann, ich habe jetzt hier schon zehn Kills gemacht. Äh, das ist die erste Runde. Die Map hat gerade erst angefangen. Und, äh, es ist echt faszinierend, wie, äh, dumm die Spiele da gewesen sind eigentlich. Äh, dass sie mich einfach nicht, äh, gesehen haben. Aber, wie gesagt, das war, glaube ich, zur Anfangszeit noch, äh, von, äh, Ghost. Und, äh, da wussten die Leute halt noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Und, äh, dementsprechend, äh, konnte ich da, oder hab ich da mal eine Bombenrunde gehabt. Ich glaub, das ging nachher 14-0 aus. Beziehungsweise, ich bin ja dann noch einmal gestorben. Ich glaub, das war dann 14-1. Äh, leider, wie gesagt, war es so, dass ich jetzt gleich sterben werde. Und, äh, ja, ich hätte gerne die Runde geholt. Das wäre bestimmt cool gewesen. Aber dem war nicht so. So, da wir das jetzt schon erledigt haben, äh, machen wir dieses Fenster dann noch direkt zu. So, ja, kommen wir zurück zu Battlefield. Battlefield war nun mal das Nummer-eins-Spiel bei mir. Äh, was man vielleicht auch noch gleich sehen wird. Äh, es ist auch immer noch so, dass ich Battlefield unheimlich gerne spiele. Momentan geht's leider nicht. Äh, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Das gehört vielleicht auch zum Jahresrückblick, aber das kommt dann zum Schluss. Ähm, ja. Warframe hab ich auch sehr viel gespielt, hab ich auch das ein oder andere Video zu gemacht. Unter anderem halt auch das Review. Ähm, kam mit 42 Anrufen, äh, nicht wirklich, äh, ja, sagen wir mal, es kam mäßig an. Aber ich glaube, das waren auch so meine normalen Aufrufezahlen. Ähm, dann hab ich halt noch dieses, äh, die UI-Vorstellung gemacht von der PS4. Das war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mir halt auch die Elgato zugelegt habe. Und, äh, bis zum heutigen Tag schwöre ich echt auf die Elgato. Ich find das echt ein, äh, sehr geiles, äh, Aufnahmegerät. Weil's halt auch mit OBS dann harmoniert hat. Und OBS war nun mal das oder ist für mich, äh, das Nummer-eins-Programm zum Captchern, beziehungsweise zum Streamen halt auch. Ähm, ich nehme auch mit OBS auf. Also, äh, hier kann ich kurz zeigen. Hier sieht man's. Ich hab OBS benutze ich halt auch für Aufnahmen interner Sache. Wie, äh, wo ich halt z.B. auch die, äh, ja, meine Tutorials für mache oder halt auch hier die PS4, äh, UI-Vorstellung oder so. Äh, also, das hab ich wirklich, ähm, alles da drüber gemacht. Ähm, ja, was glaub ich auch noch ins Jahr 2013 eigentlich gehört, ist Minecraft. Aber es kam ja dann auch 2014 für die PS4. Und, äh, dort hab ich's dann auch, äh, sehr viel gespielt. Äh, Minecraft ist halt, äh, wirklich das, äh, Ding, würd' ich mal sagen, äh, was auch durchgehend sehr gut gezockt wurde. Äh, ja, Minecraft ist halt das Spiel. Also, da kann man, da kommt wohl keiner drum rum. Ja, dann kam, äh, im Jahr 2014 in Famous raus, Second Son. Äh, im März, äh, hab ich auch einen First Look dazu gemacht. Das heißt, so die ersten, äh, ja, 35 Minuten, wie man hier sehen kann. Und, äh, in diesem Game, was ich sehr genial fand, äh, muss ich sagen, äh, es hat grafisch natürlich Akzente gesetzt, weil's dann halt auch auf der PS4 rauskam. Und, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, es zu zocken. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das, äh, leider noch nicht durchgespielt habe. Ähm, aber, äh, das ist, das hab ich bei einigen Spielen so, die wirklich genial waren, aber ich einfach nicht die Zeit dafür gefunden hab, sie durchzuspielen. Was ich aber auf jeden Fall noch nachholen werde. Dann hab ich ja eine neue Rubrik ins Leben gerufen, äh, was ich eigentlich schon früher vorhatte, aber ich dann erst geschafft habe, und zwar ausgebuddelt. Wo ich einfach mal, äh, ein paar Spieleperlen genommen habe und, äh, sie nochmal neu vorgestellt habe. Wie zum Beispiel hier Secret of Mana oder Amplitude von der PS2. Auch ein sehr cooles Game. Ähm, ich mach jetzt grad nur mal die Fans dazu, damit ich so ein bisschen selber noch den, äh, Überblick habe. Ähm, ja, wie gesagt, äh, das war dieses. Und Donkey Kong 2. Natürlich gibt es noch mehr Perlen. Äh, das wird es auch weiterhin geben im Jahr 2015. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ähm, dann kam Trials Fusion für die PS4. Äh, fand ich auch sehr cool. Was ich, äh, schade fand ist, dass es leider Gottes, ähm, ohne den Online-Modus rauskam. Aber der ist, entweder ist es schon soweit oder es kommt noch, aber es soll, der Online-Modus soll nachgereicht werden. Ja. Äh, äh, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war es auch so, dass die Trennung auf jeden Fall von, äh, den Dudes schon vollzogen wurde. Beziehungsweise, ja, dass wir in dem Sinne rausgeschmissen wurden, der, äh, Wacki, ähm, und der Proxy und ich. Äh, Blüte folgte dann auch, dass die rausgeschmissen wurde, aber ist dann nachher durch ein Gespräch mit, äh, dem Admin wohl wieder, sagen wir mal, reingekommen dann, auch in das neue Programm von denen, also sprich die, äh, 24-Stunden-Gamer. Aber, wie gesagt, das, äh, ist wiederum eine andere Sache, da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall, äh, ist das dann auch so, dass, äh, ich dann halt auch für meinen Teil, äh, was gesucht habe, wo, äh, ja, wo es was abgeht und so. Und, äh, da hab ich durch einen, äh, Zuschauer, der, äh, Mr. Marshmallow, ähm, Marshmallow, äh, der mich da auf DTS eingeladen hat und dann hab ich mit jemandem gesprochen, der BK-Style von der Streamer-Union und, äh, der da mir halt auch ein paar Tipps gegeben hat und, äh, auf meinen Stream geschaut hat und gesagt hat, warum ich nicht beitreten würde. Also, und, äh, dann, äh, bin ich darauf, auch, darauf auch, äh, eingegangen und, äh, bin dann in die Streamer-Union gekommen, hatte dann auch meinen eigenen TS bzw. einen eigenen Kanal für meinen TS und, ja, und, äh, dann fing es dann eigentlich an, weil ich bin dann auch zu Hitbox gewechselt, äh, was dann hier auch, äh, in dem, äh, Video zu sehen ist, wo ich dann ein Video drüber gemacht hab, ob Hitbox eine Alternative zu Twitch ist, obwohl ich, äh, sagen muss, Hitbox ist immer noch eigentlich eine sehr gute Alternative zu Twitch. Nur das Problem ist leider, dass, äh, halt, äh, es noch nicht so ist eigentlich das Einzigste, dass es halt noch nicht so bekannt ist. Sonst, äh, würde da auch wirklich mehr los sein, weil die Qualität, die man da liefern kann, äh, die liefen, die man da liefern kann, ist, äh, finde ich sehr nice. Äh, dann, wie man hier sehen kann, was es noch so, äh, nebenbei gibt, äh, also sprich die Werbeeinblendung, einfach mal draufdrücken, dann, äh, dass man den Streaming-Titel hier übers Dashboard und halt, äh, äh, den, äh, Spieletitel ändern kann, dann, dass man diese Sticky, äh, diese Sticky-Chat-Chat-Message halt einblenden kann, das ist halt sowas, äh, wie eine Ankündigung, die dann dauerhaft im Chat oben zu sehen ist, äh, was ich nicht schlecht finde, dass man eine, äh, der Poll, die Umfrage, dass man eine Umfrage, äh, einblenden kann zu was Aktuellem, vielleicht entweder ein aktuelles Thema oder halt zum aktuellen Spiel oder sowas. Dann darunter ist mit diesem Giveaway, dass man halt eine Giveaway-Umfrage machen kann, äh, wo dann direkt auch der Gewinner ausgelost wird und dazu braucht man nicht irgendwie ein extra Bot oder sowas, sondern das ist schon eben, äh, halt, schon integriert und, äh, ich finde es halt echt schade, dass da nicht mehr, äh, draus geworden ist. Äh, ich meine, ich streame immer noch auf Hitbox natürlich, weil ich hoffe, dass Hitbox vielleicht doch noch was bekannter wird, äh, aber ansonsten streame ich auch noch, äh, zwischendurch auf Twitch. Das kommt dann halt drauf an. Wenn wirklich, sagen wir mal, ein Game-Release ist, dann streame ich dann eher auf Twitch, weil ich dann da wirklich eher die Zuschauer bekomme, wie, äh, jetzt auf Hitbox. Ist leider so. Ich mache aber auch einen Dual-Stream, das heißt auf Twitch und auf Hitbox. Ja, um noch auf Trials zurückzukommen kurz, äh, Trials war ein sehr cooles Spiel. Was der Nachteil halt war, ist, dass halt diese Online, den, halt den Online-Modus nicht gegeben hat, aber mittlerweile sollte er wohl drin sein. Ja, Mario Kart 7 auf der Wii U kam dann Mitte des Jahres raus. Äh, finde ich, oder fand ich, nee, finde ich, fand ich nicht, weil es ist immer noch so. Ein echt geiler Racer. Mario Kart kennt ja wohl jeder. Und auf der Wii U, äh, kommt's richtig cool rüber. Die, äh, die Cups, die man spielen kann, machen tierisch Laune. Der Online-Modus ist sehr geil und, äh, ein echt cooles Spiel. Dann gab's auch noch in dem Jahr, äh, Sacred 3, was wohl, äh, für einige auch enttäuschend gewesen ist, weil's nicht mehr so ist wie, äh, Sacred 2, also Open World ist mal gar nicht, sondern, äh, man bewegt sich halt eigentlich so wie in Diablo, äh, irgendwelche, äh, vorgegebenen Strecken, wo man laufen kann, äh, wie man hier sehen kann. Hier wählt man dann über die Map einfach eine Mission aus, spielt diese Mission dann, läuft einen schlauchartigen Gang lang und das war's dann. Ich glaube, da war Diablo sogar noch etwas, äh, öffener, muss man sagen. Aber, äh, mir hat's ehrlich gesagt Spaß gemacht. Es war was, äh, anderes, sagen wir mal. Äh, jetzt nicht wirklich Revolutionäres, Neues. Also, viele Elemente kennt man auch von anderen Spielen. Aber ich glaube, Sacred 3 ist nicht bei den meisten angekommen und deswegen, äh, ist es dann auch wirklich durchgefallen. Ich für meinen Teil fand's cool und, äh, werde es vielleicht auch nochmal im Jahr 2015 aufgreifen und ein wenig spielen. Äh, ja, dann kommen wir zu dem Video, was eigentlich der Ursprung ist, warum ich, äh, einen Strike bekommen hab. Äh, und zwar, äh, ist das Wolfenstein The New Order. Äh, alles in allem ein, äh, sehr cooles Game. Hat auch wirklich Fun gemacht, es zu spielen. Äh, die Probleme, die es da gegeben hat, ist halt, und die Problematik, die es da gegeben hat, dass ich halt das, äh, Review vor dem Release hochgeladen hab und ich dadurch den Strike bekommen hab. Äh, dieser ist jetzt mittlerweile wieder raus. Äh, ist jetzt alles wieder sauber bei mir, äh, seit Mitte November. Und da freu ich mich auch riesig drüber, dass ich wieder längere Videos machen kann. Deswegen kann ich auch dieses Video hier machen. Äh, ich weiß auch noch nicht, wie lange der Jahresrückblick geht. Ich hoffe, dass ich es noch relativ kurz halten kann, dass es nicht zu langweilig oder öde wird. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Leute sich das hier angucken werden, ob die überhaupt Bock darauf haben. Äh, wenn ja, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da. Ansonsten könnt ihr auch gerne, äh, in die Kommentare unten schreiben, was, äh, eure Highlights war, oder euer Highlight war 2014. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Wie gesagt, äh, Wolfenstein war halt der Grund, warum ich einen Strike bekommen hab. Äh, ich hab das wie die, äh, ich hab das Spiel auch hier und da ein bisschen runtergerissen, weil die KI war echt, äh, dumm. Scheiße. Äh, die Grafik fand ich irgendwie, ich weiß nicht, oldschool. Vielleicht war es auch gewollt, ich weiß es nicht. Multiplayer gab's, gab's gar nicht. War ich auch enttäuscht drüber. Aber besser gar kein Multiplayer reinpacken, als wie ein Multiplayer reinpacken von Wolfenstein auf der PS3. Der war ja völlig enttäuschend. Ähm, ja, was hatten wir noch? Ja, 2014. Destiny. Das Game, worauf irgendwie alle gewartet haben und es haben wollten. Äh, die Beta haben wir gespielt. Und, äh, ich hab schon bei der Beta gesagt, äh, Vorsicht. Und, ähm, ja, was ist daraus geworden? Destiny kam raus, ich hab's eine Zeit lang gespielt und dann hab ich's sein gelassen, weil's irgendwie langweilig wurde. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Ich hab's dann auch verkauft und, äh, andere wiederum spielen das bis zum Abwinken, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Aber okay, das soll jedem selber belassen sein. Ja. Plants vs. Zombies, Garden Warfare, gab's auch auf der PS4. Echt cooles Game. Es gab's sogar, äh, ähm, in dem Jahr, äh, gab's kostenlos auf der PS4. Haben sich auch sehr viele runtergeladen, kann ich auch echt empfehlen. War eine coole Sache. Dann gab's, äh, Diablo für die PS4. Äh, wobei man seinen Charakter von der PS3 noch mit rübernehmen konnte, das war's dann aber auch. Aber ich hab's auch sehr lange noch gespielt. Und, äh, ich hoff... Und es hat sehr viel Spaß gemacht, es zu spielen. GTA 5 war auch eine Sache für, äh, für das Jahr 2014. Es kam, ich glaube, über Webmark kam das raus. Und, äh, das ist auch noch das Highlight, was sehr viele spielen. Was ich auch nachvollziehen kann. Der Online-Modus macht auch tierisch Laune, muss ich sagen, mittlerweile. Wobei ich ja damals auf der PS3 etwas skeptisch war. Und, äh, es hat, ja... Es hat auf jeden Fall seinen Siegeszug fortgesetzt. Ja, dann haben wir Borderlands, the Pre-Sequel. Leider nur für die 360 und die PS3. Und für den PC. Ich hab's mir dann für den PC geholt. Aber Gerüchten zufolge soll's ja wohl auch noch so ein Bundle geben. Für die PS4 und Xbox One. Was da drin sein wird, lassen wir uns überraschen. Wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr veröffentlicht. Dann haben wir noch Far Cry 4. Kam ja auch noch 2014 raus. Auch ein, ja, sehr cooles Game. Open World. Ähm, in meinen Augen so ist eigentlich Far Cry... Ist wie Far Cry 3, nur auf einer anderen Insel. Ähm, aber hat trotzdem seinen Style gehabt. Ja, hier ist nochmal GTA 5. Und, ähm, ja, das dazu. Und wir kommen dann auch langsam zum Ende. Ich geh mal davon aus, dass, äh, es dann eher so ist. So, jetzt muss ich grad mal umstecken, weil ich noch was, äh, nachgucken möchte. So. Müssten wir mal eben schauen. So. Da haben wir's auch. Eben noch schauen, ob ich irgendwas vergessen hab. Und mir springt direkt was ins Auge. Was natürlich, äh, wo ich auch noch kein Video drüber gemacht hab, leider Gottes. Und zwar, das ist Call of Duty Advanced Warfare. Ähm, dieses Spiel kam ja auch, äh, Ende des Jahres raus. Und, ähm, das hat wirklich die Nation gespalten. Viele sagen, es ist cool, was Neues, Frisches. Viele sagen aber auch, äh, ist totaler Müll. Ist ja noch beschissener als Ghost. Und da spiel ich lieber Ghost. Ähm, ich bin da irgendwie zwiegespalten. Ich sag, äh, es ist okay. Aber, äh, dauernd könnt ich's auch nicht spielen. Dann bleib ich da doch eher bei Battlefield. Ja, The Crew. Darauf hab ich gewartet. Ein echt geniales Game. Ähm, da werd ich auch noch ein Review zu machen. Genauso wie zu COD. Konnte ich die letzte Zeit nicht, weil ich halt sehr viel am Arbeiten war. Und jetzt, wo ich hätte, hätte können, äh, gab's ja diesen Hackerangriff. Oder beziehungsweise DDoS-Attacke auf, äh, Xbox Live und halt PSN. Deswegen, ja. Genauso wie Lara Croft. The Temple of Osiris. Ähm, auch ein cooles Game. Werd ich auch noch ein Review zu machen. Gehört auch noch eigentlich in den Kalender von 2014. Auch, auch ein, äh, solider Nachfolger zu Guardian of Light. Mit ein, äh, mit einigen Verbesserungen, wie ich finde. Ähm, ja, Dragon Age, ne? Inquisition. Ähm, ich hab vorher keinen Dragon Age Teil wirklich explizit gespielt. Und hab mit Inquisition mir ein, den, eigentlich den ersten Dragon Age Teil wirklich geholt. Und ich muss sagen, ich find ihn richtig geil. Äh, nicht nur der, nicht nur die Kampagne, also die, die Story, die man spielt. Sondern halt auch der Online-Modus. Find ich auch richtig genial. So, was haben wir noch? Gucken wir mal rein. Ja, Battlefield Hardline, die Beta, gab's ja, äh, 2014. Äh, wo ich sagen muss, äh, ich bin, ich bin, ich freu mich auf das Game. Also, ich werd's mal auf jeden Fall im März holen. Ähm, was haben wir noch? Blue Estate, kleiner PSN-Titel. Ähm, war okay. Äh, Dead Nation, Apocalypse Edition, gab's auch im PS Plus. Äh, Drive Club, ja. Der Titel darf 2014 auch nicht fehlen. Obwohl Drive Club im Großen und Ganzen die größte Enttäuschung war, die Sony jeweils auf den Markt geschmissen hat. Äh, Drive Club sollte ja eigentlich zum Release kommen, zur PS4. Nur, ähm, das wurde ja dann verschoben. Sollte ja auch als PS Plus Titel sein. Äh, als erster. Ja, wurde aber verschoben. Äh, zweimal, glaub ich, war's. Und dann ist es dann im Oktober rausgekommen. Ja, aber was ist daraus geworden? Dann, erst mal, äh, unheimliche Probleme. Man kam nicht online, äh, technische Probleme. Dann gab's die PS Plus Version nicht, obwohl die auch eigentlich mit rauskommen sollte. Die bis zum heutigen Tag noch nicht draußen ist. Äh, dann das Drumherum, äh, hier rumdrucksen von den Entwicklern. Äh, ja, tut uns leid. Waren am Heulen, waren am Boden zerstört. Naja, wer's glaubt. Und, ähm, also, alles in allem, DriveClub ist zwar solide, ist okay, grafisch auch echt cool, aber auch nicht fertig gewesen, weil es gab jetzt wohl den Wetterpatch, dass es, äh, dynamisches Wetter gibt. Äh, find ich auch ein bisschen alberner, dass das nachgepatcht werden musste, aber naja. Es ist nun mal so mittlerweile, dass, äh, Spiele, äh, so rausgehauen werden und wir müssen als Beta-Tester hinhalten. Und irgendwann nach einem Jahr ist das Spiel dann mal komplett und, äh, wir dürfen eine, eine Vollversion dann spielen, sozusagen. Ist zwar traurig, ist aber so. Und, äh, DriveClub reiht sich da sehr gut ein. Und, ähm, wie gesagt, es ist bis zum heutigen Tag noch nicht die Plus-Version draußen. Enttäuschend, in meinen Augen. Auf der ganzen Linie. Äh, Far Cry 4 hatten wir. Äh, Flower gab's dann auch auf der PS4. Ein wunderschönes Spiel. Injustice, äh, gab's jetzt kürzlich oder jetzt im Dezember für PS-Plus-Mitglieder. Äh, wer es immer noch nicht weiß, äh, im Januar PS-Plus gibt's auf jeden Fall Infamous First Light. Das wird's auf jeden Fall geben. Äh, ein Lego-Spiel, Marvel Super Heroes, kann ich auch empfehlen. Echt geiles Game. MLB gab's auch jetzt 2014, glaube ich. Da war der Wacki voll eins von begeistert. Wie gesagt, Minecraft gab's auch für die PS4, die PS4-Edition. Echt cool. Rezo Gun gab's ja zum, äh, Release. Das war ja dann 2013. Also hat dann in 2014 nichts zu suchen. Und, äh, ja, wenn ich da so durchschaue, ist dann halt auch soweit alles durch. Ähm, ja. The Last of Us, die, die Remastered-Version, gab's ja dann auch 2014. Auch ein Highlight. Äh, wobei, äh, Highlight, äh, sagen wir mal, ist okay. Kann man als Highlight sehen. Äh, Watch Dogs, auch sehr genial. Äh, nur, ähm, was uns präsentiert wird auf der PS4 sind nun mal, die meisten Spiele sind alles Remakes oder es gab es schon. Wie zum Beispiel Battlefield 4, äh, Call of Duty Ghosts auf der PS4 ist ja auch nur, äh, irgendwie eine Aufwertung. Äh, okay. Okay, Call of Duty Advanced Warfare ist ein neuer Teil gewesen. Äh, Diablo gab's schon auf der PS3, auf die, um auf die PS4. Äh, Drive Club ist, äh, eigens für PS4. Äh, Far Cry auch, äh, PS4. Aber wenn man sonst die Bank durchschaut, GTA ist auch nur ein Remake, obwohl man sagen muss, dass das ein richtig geiles Remake auf jeden Fall ist. Äh, und ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wenn man das mit der PS3 zum Beispiel vergleicht. Äh, Killzone, äh, war jetzt auch nicht unbedingt der Brüller. Am Anfang war es zwar der AHA-Titel, aber hat dann auch sehr stark nachgelassen. Äh, Need for Speed Rivals, äh, ja, auch nur, auch nichts Neues. Äh, Plants vs. Zombies gab's auch vorher schon. Äh, ähm, The Crew war auch was Neues und muss ich sagen, grafisch zwar jetzt nicht die Überbombe, aber für das, was es bietet, echt genial. Ja, The Last of Us, ein Remake. Ähm, Tomb Raider, auch, äh, Remake, also neue Version aufgewertet. Ähm, dann soll ja nächstes Jahr, äh, Saints Row 4 kommen, als, äh, Remake. Oder wie sich das auch immer nannte. Für, äh, die PS4 dann und die Xbox One, aber mit auch dem Add-on dann zusammen. Äh, da sagen wir mal, da freu ich mich auch drauf, weil ich mir Saints Row 4 eigentlich gar nicht geholt hatte. Und, äh, das wäre dann für mich auf jeden Fall ein Grund, dann zu sagen, okay, kommt, dann hole ich mir, geht, äh, dann hole ich mir Saints Row 4. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch mit meinem Jahresrückblick 2014. Alles in allem, äh, für mich persönlich, äh, Entschuldigung, äh, für mich persönlich erfolgreich, ähm, weil bei mir persönlich sich auch was verändert hat, durch, äh, den Job, den ich mache. Viele werden's ja wohl mitbekommen haben, dass ich bei DHL jetzt mittlerweile arbeite. Und, äh, zumindest die, die dann auch mal den Stream gesehen haben, wo ich Battlefield spiele und ein DHL-Logo dann habe auf meiner Waffe. Sehr nice. Und, ähm, ja, aber ansonsten war das, äh, Jahr 2014, äh, wenn man das so über den Daumen sieht, äh, doch sehr positiv. Ich hoffe, dass 2015 noch positiver wird. Äh, zu 2015 werde ich selber auch noch ein Video machen, wo ich einen Ausblick gebe, was uns 2015 erwartet und was ich persönlich auch von 2015 erwachte. Und, ähm, ja, das war's von meiner Seite aus, äh, mir, ich, ich würde mir wünschen, ihr würdet drunter schreiben, was ihr von 2014, äh, ja, was ihr da gut fandet, äh, oder was, äh, was euch bewegt hat oder sonst irgendwas. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Alles in allem natürlich, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Äh, wenn ihr mich live sehen wollt, kommt auf meinem, ähm, ja, Streaming-Kanal, hitbox.tv slash möb oder twitch.tv slash xmöb. Und, äh, ja, was gibt's weiter noch zu sagen? Wie gesagt, lasst einen Daumen da, ein Abo würde mir auch freuen, ne? Und vergesst nicht, was in die Kommentare zu schreiben. Würde mich echt freuen, wenn man da ein bisschen was von eurer Seite hört. Ja, das war's von mir. Ich bin raus. Tschau, tschüss, bis demnächst. Guten Rutsch ins Naaman.